...ist das Chaos. Ich benötige Heilung. Ich benötige Heilung. Ich benötige Heilung. Ich benötige Heilung. Wo tut's denn weh? Ich benötige Heilung. Ich benötige Heilung. Angriffsphase beginnt in 30 Sekunden. Ich benötige Heilung. Wo tut's denn weh? 5, 4, 3, 2, 1, noch 60 Sekunden. Exportieren Sie die Bracht zu Ihrem Ziel. Schrauben die Brachtweg. Nehmen wir Weckung. Tor. Die Selbstschussanlage platziert. Zurück. Angriffsphase beginnt. Noch 30 Sekunden. Ich kümmere mich um die Bracht. Aus Licht werden Materie. Erschapwer Barriere. Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Was ist das?